Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass eine geschickte Wahl der Darstellung beim Lösen von Abzählproblemen sehr hilfreich sein kann und das Multiplizieren beim geschickten Abzählen eine sehr wichtige Rolle spielt. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam einen Weg finden, die Anzahl der Möglichkeiten mehrere unterscheidbare Objekte in einer Reihe anzuordnen, zu berechnen. Schauen wir uns dazu ein konkretes Problem an, und zwar, wie viele Möglichkeiten gibt es, drei unterscheidbare Objekte, in dem Fall Smiley Face, Baum und Kaffeetasse, in einer Reihe anzuordnen. Jetzt wissen wir schon, es ist oft hilfreich, die Darstellung geschickt zu wählen. Wir könnten hier jetzt so ein Diagramm wählen, wo wir in jeder Stufe jeweils eine Entscheidung treffen und für die erste Entscheidung, also für das erste Feld bzw. die erste Position, haben wir drei Möglichkeiten, also entweder Smiley, Baum oder Kaffeetasse. Und jetzt, unabhängig von der ersten Entscheidung, gibt es für die zweite Position jeweils zwei Möglichkeiten. Wenn wir uns zum Beispiel für die erste Position Smiley Face entschieden haben, haben wir für die zweite Position die Möglichkeiten Baum oder Kaffeetasse. Bei der ersten Position Baum haben wir dann für die zweite Position noch die Möglichkeiten Smiley Face und Kaffeetasse und so weiter. Und dann gibt es noch unabhängig von der ersten und der zweiten Entscheidung noch eine Möglichkeit für die dritte Position, denn wenn die ersten beiden schon belegt sind, muss die dritte Position von dem belegt werden, was noch übrig ist. Das bedeutet, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, drei unterscheidbare Objekte in einer Reihe anzuordnen? Nehm dir kurz Zeit, pausiere kurz das Video und berechne die Anzahl der möglichen Anordnungen. Also gut, wieder können wir sehr von unserer Wahl der Darstellung profitieren, denn wir haben ja hier eigentlich schon alle Möglichkeiten durchprobiert. Und hier unten kommt sowas raus und das sollten ja jetzt wirklich alle möglichen Anordnungen sein. Das bedeutet, wir können jetzt auch einfach hergehend das abzählen und sagen, na gut, wir haben sechs verschiedene mögliche Anordnungen. Wie sind wir dorthin gekommen? Na, wir hatten zunächst drei Möglichkeiten für die erste Position, dann unabhängig davon jeweils zwei für die zweite und dann noch eine jeweils für die dritte. Also drei mal zwei mal eins ist sechs. Geht sich gut aus und wir erkennen hier vielleicht schon ein kleines Muster und haben vielleicht schon eine Idee, wie es weitergehen könnte. Das probieren wir jetzt gleich noch gemeinsam aus. Und zwar, wie sieht es bei vier unterscheidbaren Objekten aus? Nimm dir zunächst kurz Zeit, dir selber darüber Gedanken zu machen. Ein kleiner Tipp von mir. Es ist oft hilfreich, einfach vor sich selber mit ein paar Objekten herumzuspielen und auszuprobieren. Und ich zum Beispiel kann nicht so gut zeichnen. Also ich würde jetzt nicht Smiley Face Baum und Kaffeetasse wählen, obwohl die eh nicht so schwer zu zeichnen sind. Ich empfehle, einfach vier verschiedene Farben zu nehmen, Stifte in vier verschiedenen Farben. Da kann man einerseits einfach die Stifte am Tisch anordnen, wie man möchte. Und auch, wenn man so ein Diagramm zeichnet, einfach jeweils immer mit der Farbe die jeweilige Position markieren. Nur ein kleiner Tipp von mir, wie ich das so mache. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, überlege, wie es bei vier unterscheidbaren Objekten so aussieht. Und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber. Also gut, wie würde dann hier so ein Diagramm aussehen? Ich habe jetzt hier mal damit begonnen und man erkennt schon, der große Unterschied ist, dass wir jetzt für die erste Position allein schon nicht drei, sondern vier verschiedene Möglichkeiten haben. Also entweder Rot, Grün, Gelb oder Orange in erster Position. Jetzt ist es so, man könnte jetzt natürlich das ganze Diagramm noch weiter zeichnen. Das ist aber ziemlich mühsam und wird dann auch sehr groß. Also ich glaube nicht, dass ich das hier noch ausgehen würde. Dafür habe ich einfach viel zu schmal, also viel zu großzügig begonnen. Dafür wäre der Bildschirm einfach zu schmal. Jetzt brauchen wir irgendeine zündende Idee. Und zwar, es gibt ja jetzt genau drei mal zwei mal eins, also sechs Möglichkeiten mit Rot an erster Stelle. Denn wenn wir hier jetzt einfach weitermachen und Rot als erste Stelle festlegen, dann würde ja das, was hier kommt, wieder genau dem entsprechen, was wir vorhin schon gehabt haben. Also die Verzweigungen wären dann genau die gleichen wie oben. Das Gleiche gilt aber hier. Also es gibt genauso gut auch sechs Möglichkeiten mit Grün an erster Stelle. Und dann gibt es noch sechs Möglichkeiten mit Gelb an erster Stelle. Und dann auch noch sechs Möglichkeiten mit Orange an erster Stelle. Das bedeutet, es liegt jetzt schon fast auf der Hand, dass wir unser Muster tatsächlich einfach schön fortsetzen können. Und zwar, dass wir jetzt dann einfach 4 mal 3 mal 2 mal 1, also insgesamt 24 Möglichkeiten haben. Da gibt es tatsächlich eine allgemeine Regel dazu. Darüber sprechen wir dann im nächsten Video.